Zur IFA 2018 gibt es erstmalig eine neue Verteilung der Ausstellungsbereiche. In der neuen Hallenstruktur finden Sie uns in Halle B1 und in der Halle A5. Den Bereich Abfallsekundärrohstoffe erreichen Sie ab sofort über den Eingang Ost, per U-Bahn bis Messestadt Ost und die Parkplätze im Freigelände. Zum Wasser-Abwasserbereich gelangen Sie über den Eingang West mit der U-Bahn bis Messestadt West und den Eingang Nordwest durch das Parkhaus. Vom Flughafen fährt Sie ein Shuttlebus direkt zum Busbahnhof am Eingang Nord, der zentral zu beiden Bereichen liegt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der IFA 2018.